Hallo Stefan, heute ist Vatertag, alle sind beim Feiern und du rennst wie ihre auf der Matte rum. Was ist der Grund dafür? Ja, in ein paar Wochen steht der große Preis in Dortmund an. Dann wollte ich den Feiertag nutzen, um zu trainieren, morgens zu trainieren. Heute war ich von der Arbeit frei, mit den Jungs hier gut trainiert. Beim Trainer Valmar Galvas war es eine gute Einheit. Ok, ich habe durch einen Brief vom DHB gekriegt. Und zwar die Einladung für den großen Preis. Das ist nächste Woche, oder? Nein, das ist nicht ganz korrekt. Der große Preis ist Ende Juni. Die Einladung war für den Lehrgang Mitte Juni in Schifferstadt. Ah ja, aber für den großen Preis bist du schon nominiert? Über den Landesverband halt. Ach, das macht der Landesverband? Genau. Ah ja, toll. Gut, ich habe hier in Freiburg gesehen. Der Sven Thiele, der Bundestrainer, der hat also deine Kämpfe auch beobachtet. Ich denke mal, dass der auch in Dortmund ein Auge auf dich wirft. Und du hattest mir ja vor Freiburg gesagt, dass du nicht nur ein nationales Comeback feiern willst, sondern auch international. Ist das richtig? Das ist richtig. Und Dortmund, also Freiburg war ja quasi das Comeback für Deutschland. Und Dortmund wird dann das Comeback sein für, oder Comeback-Einstieg für international, ne? Genau. Wie ich schon gesagt habe, ich will halt wieder international ringen. Natürlich muss ich dazu auch erstmal national die Nummer 1 werden. Das ist mir nicht gelungen. Das gehört aber auch im Sport dazu. Ich denke, wir haben in Freiburg vielleicht einfach so die Kämpfe gefehlt. Wir haben zwar auf hohem Niveau Wochenends vorher, viele Wochenende vorher auf hohem Niveau Trainingswettkämpfe hier gehabt. Trotz alledem, nicht in dem Format wie z.B. William Hart oder so. Die Niederlage war gut im Endeffekt für mich. Ich habe daraus positive Schlüsse ziehen können, die mir vielleicht beim nächsten Mal nicht so passieren. Vielleicht hätte es auch nicht so passieren müssen. Ich denke, vielleicht hätte man auch für meine Wertung, für meine Technik vier Punkte geben können. Die Verwarnung hätte nicht sein müssen, weil es war, denke ich mal, ein Kampf auf hohem Niveau. Also, die Verwarnung okay, aber die war halt so. Ich habe im Endeffekt bei drei, drei Lage ich hinten, habe es nochmal riskiert. Wollte die nochmal kommen lassen, dass ich vielleicht irgendwie abkippen kann oder so. Habe dann fünf, drei verloren. Aber ich denke, nach drei, vier Jahren Pause war das eigentlich, denke ich mal, ein relativ gutes Comeback. Natürlich war ich nicht zu 100% zufrieden, weil ich Deutscher Meister machen wollte. Aber wie gesagt, schon positive Schlüsse daraus gezogen. Ich werde die Fehler abstellen bis zum großen Preis. Einen großen Preis hoffe ich, dass ich mehrere Kämpfe machen kann, damit ich Kämpfe habe. Und auch vielleicht gegen internationale Leute kämpfen kann. Darauf freue ich mich und darauf trainiere ich jetzt auch hin, zum Beispiel heute am Feiertag. Ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Ja klar, ich meine, auf dem großen Preis von Dortmund, das sind ja sehr viele gute, starke Ringe. Und auch eine große Anzahl gemeldet. Ja. Also da kann man schon sich bewähren. Aber nochmal zurück zu kommen auf Freiburg. Also du hast angekündigt vorher, dass du in die Medaillenränge gehen willst. Also das hat ja geklappt. Also da muss man nicht enttäuscht sein. Ja ne, enttäuscht bin ich nicht. Ich bin vielleicht enttäuscht, wie der Kampf an sich gelaufen ist. Wenn man sieht, was ich so im Training oder bei den Trainingskämpfen vorher abgeliefert habe. Und dann vielleicht zu passiv im Kampf war. Ihn habe zu viel kommen lassen. Und wenn man überlegt, dass ich halt die ganze Meisterschaft über eins oder zwei Beineingriffe gemacht habe. Und dadurch technische Wertung gemacht habe. War das schon zu wenig in vier Kämpfen oder fünf oder was das war. War halt einfach zu wenig. Deswegen, ich war kontinuierlich topfit. Ich war von der Kraft her, von der Kraftausdauer fand ich, war ich gut drauf. Deswegen, es kam einfach zu wenig. Aber trotz alledem, ich habe ja gesagt, ich versuche das aus den negativen, versuche ich positive Schlüsse zu ziehen. Versuche das abzustellen mit meinem Trainer. Und ja, alles andere werden wir halt in der Zukunft sehen. Ja, okay. Jetzt nochmal zu deinem Gewicht. Das Gewicht kannst du überhalten, ne? Ich habe jetzt aktuell vor dem Training 99-7 gehabt. Ich habe jetzt nach dem Training 98 Kilo oder so. Also ich esse gut, ernähre mich gut, halte es auch weiterhin durch. Das mit dem disziplinierten Umgang, mit dem Lebensstil. Ich meine, da gehört auch Ernährung und das Außerhalb gehört dazu. Das habe ich soweit geschaffen. Also du behältst das Gewicht ohne zu leiden, ne? Genau. Ich halte das Gewicht weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde gar nicht mehr so viel schwer. Hat man kurz 101. Aber wie gesagt, ich habe jetzt wieder so 98, 99 Kilo. Ich denke, das braucht man auch im Endeffekt. Ich habe mir immer früher schwer getan, so beim Abnehmen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, das Gewicht habe, großer Preis ist auch mit Toleranz. Da lege ich ja gut drin. Und wenn mir das schon mal wegfällt mit dem Abnehmen. Das habe ich zum Beispiel auf den Deutschen gemerkt, da bin ich schon ein paar Prozent stärker. Ja. Also das ist schon gut so, wie es ist. Ja. Okay. Und dann wollen wir hoffen, dass auf einen großen Preis, dass du etwas mehr Glück hast in Freiburg. Und dass du vielleicht auch den nächsten internationalen Teilnahme kriegst. Also außerhalb von Deutschland. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Tschüss. Alles klar. Ciao.